In Wagen von Mensen, die freut sind. Rabant, Sess, Hohen. Wartburg 1000 mit neuem Chassis. Wir bieten Ihnen hohen Fahrkomfort auch auf schlechten Straßen. Durch Schraubenfedern und doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer in Verbindung mit Einzelradaufhängung. Wartburg 1000, gute Straßenlage und kurvensicher. Durch hintere Schrägpendelhalbachsen in Verbindung mit Querstabilisator. Wartburg 1000, kleiner Wendekreis von 10,2 Meter, äußerst beweglich und wendig. Wartburg 1000, auch bei großen Steigungen ohne Kühlwassersorgen, durch geschlossenes frostsicheres Kühlsystem und Zwangsluftführung. Ihr Wartburg 1000 ist wartungsfrei auf 50.000 Kilometer. Er sagt, Konsum ist immer gut. Ja. Halten Sie doch auch mal an. Ihr liebt mich, von Helm. Es ist Frühling. Schauen Sie mal. Dort. Die aus dieser Tür kommen, gehen beschwingt in den Frühling. Sie in einem pflegeleichten Kostüm, eher im modischen Anzug und Übergangsmantel. Und das kleine Mädchen, sieht es nicht schick aus? Na, junger Mann, sportlich und fesch? Oh ja, der Mantel wird ihm gefallen. Natürlich, gleich einmal vorführen. Jasmin, ein elegantes Kleid im Häkellook. Auch Sie können frühlingsfroh gekleidet aus Ihrem Konsumentwarenhaus oder Konsumkaufhaus herauskommen. Nur hineingehen müssen Sie erst einmal. Wenn die ersten Kerzen brennen, werden viele Wünsche wach. Mir bringt der Weihnachtsmann einen Baukasten und einen Kramwagen. Ob Vati auch weiß, dass es die schicken Pullover im Konsumkaufhaus gibt? Ja, im Konsum gibt es die schönsten Weihnachtsgeschenke. Alles, was ihr besonders gut gefallen wird. Alles, worüber er sich freut. Und viele, viele schöne Dinge, die Kinderherzen höher schlagen lassen. Sie werden gut beraten. Der Konsum erfüllt Ihre Weihnachtswünsche. Und will Ihre dritten Zähne reinigen. Das ist ganz einfach für Sie, nicht für mich. Ich springe in ein warmes Bad. Und Sie brauchen jetzt nur noch die weißigen über mich zu legen. Das war schon alles. Eladent Prothesenreiniger und Eladent Haftpulver Super. Die dienstbaren Geister für Sauberkeit und Sicherheit der dritten Zähne. Tja, so kann es einem gehen, wenn man seinen Spreuzling von Anfang an mit Elazahn Babybart verbirgt. Und dann ein einziges Mal vergisst, für Nachschub zu sorgen. Ein Glück nur, dass es überall die weiße Flasche mit der blauen Krone gibt. Das bin ich. Weißwein ist zu Recht das Getränk unserer Zeit. Für unseren Optimismus. Weißwein für frohe Stunden. Weißwein für glückliche Menschen, die sich gemeinsam über Vollbrachtes freuen. Wein, ein Trunk, rein wie die Natur in Schuhe. Vier Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig. Schnell. Ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter.